Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch zu einer neuen Playlist, nämlich vom Drum Sim. Denn heute fangen wir mal mit dem Drum Sim spazieren. Das wird mit einer Playlist folgen sein. Also keine Sorge, wenn ihr viel sehen wollt, ihr kriegt viel. Und ja, da will ich sagen, wir beginnen schon mit einem neuen Spiel. Wir machen ein freies Spiel, weil es gibt dann auch noch Fablan-Modus, da muss man sich viel gut daran halten. Oder machen wir Fablan-Modus. Nein, heute habe ich Bock, ich mache einen Fablan-Modus. So, wir fahren aber nicht mit der Flexity, sondern wir fahren mit, naja, eh, ich hätte gerne 40, 52, das ist mit der Alte Straßenbahn. Die Magik, die, also, im Spiel sind echt, ich das erscheint, denn ich selber komme aus Wien. Ich weiß, wovon ich rede, wie der neuen Flexity ich bin, bin ich noch nicht selber gefahren. Und das weiß ich nicht. Mit der Ulf A und B ist von Delsin, habe ich auch das Delsin. Aber mit der Flexity bin ich nicht gefahren, mit der E2 mit der Ulf B und der Ulf A und B, glaub ich, nicht. Dann müssen wir es nicht vorstellen, oder weiß ich nicht, kann interessieren, aber ja. Also ich würde sagen, wir beginnen um 9 Uhr. Wir haben im Sommer, wir fahren zum Steffen-Baddinger-Platz von Karte Hauptverleben und mit Covid-Budel. Dann sollen wir das Spiel starten. So, jetzt ladet, 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 ladet. Und dann ladet, 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 ladet. Aber das ist so ein kleiner Pakt, da muss ich mal wieder, eben, sagen, zurück zum Spiel und dann kann ich jetzt hier, ich bin mir leider auf den Karten. Oh, dann machen wir gegen. Nein, ich will. Nein, ich will. Nein. Nein, man ist jetzt auch gut, geht. Dann mache ich noch mal. So, würde ich sagen, gehen wir mal. Nur nicht zu schnell fahren. So, vier Minuten haben wir Zeit, das war's. So, das passt durchaus, nachdem wir eh genug Zeit haben, wo ich da mal ein bisschen vor So, die Folge aber raus, die sind geschlossen und wir gehen wieder kurz. So, dann los geht's, so weiter geht's. So, dann los 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 geht's. So, da los geht's. So, da haben wir zum Beispiel von der Flexi den Mil Stars hin. Aber ich fahre selber ohne Skin, weil mir das schon richtig gut gefällt, nur Skinstar wird hier auch die KI Straßenbahn mal ein bisschen schöner aussehen und nicht nur alles einheitlich ist. So, dann wie gesagt, kann ich jetzt hier die Karte, alles mal hoch und so zum Spiel, sollen hier alle einstellen, dann kommen wir gleich. So. So. Ihr müsst den Nächster nehmen und den ganzen Tag zeigen. So will ich jetzt hier steigen die Unmenge Leute ein. So will ich jetzt nicht. weil ich jetzt nicht mehr eins erfahren und schon regelmäßigen abstand da blinken wir uns schon mal, wie man hier so umschärf gehen kann dann warten, 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 warten wir das kann auch bis jetzt dauern endlich jetzt steigern bei dem der 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 die der technischen der der Und los gehts. Ich kann jetzt mal einen richtigen Rausch steigen. Jetzt müssen wir auch schon mal alles da. Ich kann nicht mehr warten, bis die da fahren. Ja. Aber nein. Und dann bleiben wir auf. Stehen. Lassen die Leute ein und aussteigen. Und warten, warten, warten. Die Tür kommt raus. Lassen die Tür wieder rein. Müssen wir eh warten. So. Aber das Spiel gibt es bei Steam. Belinkt ist natürlich alles wieder in die Beschreibung. Genauso die Reband, die ich benutze. Und dann das DLC. Es kommt auch ein neues DLC raus. So. Dann fahre ich alles weg. Und dann fahre ich noch. Und ja. Alles wichtig. Ihr findet es ja lieber schneller. Link. So wie es bei jedem Video der Fall ist. So. Wie kommt das System? Den haben wir jetzt raus. Dann fahre ich mich an. Lassen die Heimann. Dann fahre ich mich an, oder? Dann fahre ich mich an. Dann fahre ich mich an. Dann fahre ich mich an. Ein schlimmes Handmann. Jetzt fahre ich mich an. Wir haben die Grün. wir brauchen das rechte A, weil wir müssen gerade rausfahren, weil er könnte ich auf das mal links abgehen wenn ich da vorne stehen will aber ich muss eben rechts was macht es hier es gibt ja auch noch andere einstiege bei dem und herz hier haben wir auch noch ein wunderschöner einstieg hier hallo hallo kann ich auch einsteigen wussten sie das nicht man kann ich hier auch einsteigen man muss hier nicht stehen bleiben so sehe ich aus guten tag liebe autos ok wer kennt nicht plötzlich so das ganze wer kennt nicht gut da gibt es das ganze irgendwie verpackt ich kann nämlich jetzt nichts hallo ich kann jetzt nicht weiter fahren können sie mir bitte aus dem weg gehen ja wenn sie auch dann jetzt diese türverpackten betten können sie mir bitte vorbeilassen der würde ich ja gern wenn sie es gern so jetzt kann ich ja ich muss aber gerade schauen ob wir es jetzt schaffen wo ist denn da ist wo ist denn da ist wo ist denn da ist dann mache ich jetzt schon Türspray gar wieder raus und wieder alles zu und dann können wir jetzt endlich fahren Noch langer Zeit des Wartens, reiser Leer, wir dürfen jetzt nicht fahren, also ein bisschen langsamer. Ich dachte wir haben Corona, Abstand, Abstand halten, Abstand, na, also ich steigen. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. auch nee und der bräuch ist auf der straßenbank standen also brauchst du einen so anhand das jetzt probleme waren bei mir jetzt genau so stammt weil die log einstellen kann man schon mal ein bisschen vorspulen so jetzt passt das hallo zwei mädels wenn es einstellen holt nein doch nicht passt ich bin ein bisschen ungeduldig soo dann heißt es weinclassen da bist du für eine sonderstraßenbahn und du solltest trotzdem einiges hauen oder die zb sonderzug oder sowas wäre es da mit mir ist der anscheinend weil es da nichts hast ja das ist eine sonderstraßenbahn aber da hat man auch mal sonderzug oder stehen die anscheinend nicht schwebenplatz umsteigen zu 22 so dann warten die grün ist und die ist grün in schnelle aus erwartet gedacht freut mich so mit der station und damit ich sagen wie es weitergeht nächsten folge so wenn es dir gefallen abonnieren daumen hoch und alle wichtigen links wie gesagt in der beschreibung und dann sage ich tschau